Das DLR und WX Fusion, eine Ausgründung des DLR, haben ein Warnsystem entwickelt, das Flugzeuge sicher an Gewittern vorbeileitet. Gewitter sind schwer vorherzusagen. Sie entstehen oft innerhalb weniger Minuten. Doch für Flugzeuge sind sie eine ernste Gefahr. Jährlich verursachen Gewitter in der Luftfahrt Schäden in Millionen Höhe durch Blitzeinschläge, Turbulenzen und Hagel. Die Wetterkarten, die die Piloten heute standardmäßig verwenden, sind ungenau in Bezug auf das Auftreten von Gewitter. Mit unserem neuen System CB Global können wir Gewitter minutengenau erfassen und bis zu einer Stunde vorhersagen. Und damit können Piloten sicherer und effizienter fliegen. Konventionelle Wetterkarten für die Luftfahrt bilden Prognosen ab und können plötzlich entstehende Unwetter nicht erfassen. Die Piloten vertrauen dem Onboard-Radar, um Gewitter zu erkennen. Dieses gibt ihnen jedoch nicht den vollen Überblick über die Gewittersituation. Das CB Global System dagegen ortet Gewitter präzise und zeigt genau die Gefahrenbereiche an. Entwicklung und Lage von Gewittern werden detailliert erfasst. Dabei verarbeitet CB Global die aktuellsten Daten von Wettersatelliten. Die Informationen werden im Sekundentakt abgerufen und von der Software ausgewertet. Über ein Global Control Center kann die Gewitteranzeige dann weiter ins Cockpit geleitet werden. Piloten und Bodenpersonal sind jederzeit auf dem Laufenden, was die Wetterlage betrifft. So findet die Crew die sicherste und vor allem kürzeste Route an den Gewitterwolken vorbei, ohne die Gefahr von Turbulenz, Hagel und Blitzschäden. Gewitter entwickeln sich sehr, sehr schnell und für uns als Piloten bietet das System die Möglichkeit, diese Entwicklung in Echtzeit zu sehen und unseren Flugweg ganz flexibel anzupassen. Und das ist der große Vorteil dieses Systems. Gewitteranzeige in Realzeit, präzise, zuverlässig, weltweit. CB Global warnt frühzeitig vor gefährlichen Gewittern. Das System erhöht die Flugsicherheit, hilft Flugzeiten zu verkürzen und Kosten einzusparen. offeree Untertitelung des ZDF, 2020